so und da sind wir auch schon zum zweiten part von fiesta online und diesmal bin ich alleine ist auch da heri potter ist auch da und wird hier wenn ich schon mal gesagt sagt das doch sag ich aber nein erlaubt ich erlaube das hast du gar nicht zu erlauben weiß ich du kennst das prozedere hier mit den ganzen fest noch na du hinkst ja gerade ein bisschen hinter mir her ich habe schon erklärt dass wir das nicht vorlesen und wir in drei jahren noch hier alles gut aber eins sollte ich vielleicht doch schon mal machen einmal sehr schön finde ich ja dann kann es ja losgehen und um dir diesmal nicht so zuvor zu kommen mit allem benutze ich meine ganzen gekauften items erst ab level 35 bis 40 ja so viel großzügigkeit hätte ich ja gar nicht erwartet ja damit du nicht allein auf dem steckenpferd reiten musst sehen wir hier wieder benutzen das kannst du kriegen das wirst du benutzen sonst wirst du ja noch langsam mal jetzt ohnehin schon das werde ich nicht benutzen das wirst du gar nicht benutzen und wenn ich mich in deinen account eintippen muss ich kann dir auch das passwort selber geben das macht das ganze noch ein bisschen einfacher wohl wahr weil bis du gehackt bist bin nicht tot und naja wer willst du das wissen vielleicht kann ich das ja ich bin ich die meister hackerin ja genau ja weißt du es ja ne passt alles gut stadtmeister romeno romenus der folie alles dekoriert ja aber das gute ist diesmal sind wir auf einem server wo nicht ganz so viel los ist privat finde ich das ja ganz toll wenn da ein bisschen mehr los ist aber ich hatte jetzt keine lust dass ständig wenn wir in den städten sind alles nur am haken ist weil das ist ein bisschen blöd weil ich kann die npcs ja wenn wir in einer gruppe sind nicht ausschalten folgedessen das ist ein bisschen blöd ich brauche ich dir jetzt fünf schleime ja 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 ich auch ich brauche ich brauche noch zwei bin ein bisschen voraus wieder ja vielleicht schauen wir es ja noch zwischendurch mal ein paar level vor dir vor dich zu kommen damit ich ja wieder die meisterrolle übernehmen kann privat ja nicht im ja doch doch nein kannst du vom profitieren es geht das wieder los ja immer von einem profitieren ja und das ist und letztendlich zieht sich immer die arschkarte na gar nicht du kannst du gewinnen du kannst nur gewinnen nur gewinnen der arme schleim nur gewinnen nur nur ja ich habe ich mir das schon wieder eingelacht wohl war ja das waren sogar meine ersten gedanken ich weiß ich kann gedanken lesen das war so nicht ja das wäre das wäre ja noch schlimmer gesagt was ich kann ja du kannst es nicht weil das humbug ist also was ist mit dem grimm der grimm ja der grimm ist ja ich bin gerade auf harry potter entzug so es ist ungewohnt mit dir was anderes aufzunehmen als harry potter ja das stimmt so irgendwie ungewohnt das jetzt hier zu zocken also jetzt so also jetzt ich bin irgendwie noch so ein bisschen in der ww steuerung drin ich bin irgendwie noch so ein bisschen in der ww steuerung drin und das ist eigentlich doch alles langsam ich muss mal meine leisten ordentlich hinstellen hinlegen hinziehen so auch links hier pilze schlagen wir haben die gleichen quest noch also du hier kommen wir jetzt einfach ein paar fähigkeiten das hätte ich ja ja die auch hatte ich ja beim letzten mal angeschnitten dass man sich hier für die jeweiligen klassen dann die fähigkeit nennen kann der komische joker hier wollte ja priester sein überhaupt nicht meine klasse mal freiwillig kann ich kann man nicht so wirklich ach gott dieses verdammte tutorial na gut du kannst heilung du kannst den doppelschlag irgendwann ab level 11 ne heilung ist doch heilung ist ab level 11 ja ähm heilung ist ab level 3 aber ok ne heilung ist ab level 11 also ich wollte dir nur mal sagen na ganz nebenbei mein vielleicht solltest du mal zum optiker und deine brille holen das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt in deinem fall ach das ist alles das ist alles verkehrt vielleicht schadet dir auch einfach nur diese ekelhafte weihnachtsmusik ich höre ich nicht ihr habt das ja ausgeschaltet den sound na seid froh das bin ich ich könnte ihn auch ausschalten aber das würde ich den zuschauer nicht verwehren ich nein wer bist du denn stimmt ja ich sehe anderen namen nicht oh wir sind in der gleichen gilde oh akademie oh was für ein zufall ja ich habe mich aus lange weile mal wieder einer akademie angeschlossen dann gibt's die gibt's ja gar nicht ja ne mein spruch den hast du mir geklaut ich komplikiere ich schon ein paar tage länger als du ne glaub ich nicht glaub ich nicht bedingt dadurch dass ich älter bin hm also da kommst du jetzt nicht raus sorry na gut ich jetzt kann ich dich hier heilen so ein irrer ja na gut heute als äh bei mir einer typisch flügelt hatte wurde ich tatsächlich auch wieder für 14 15 geschätzt ok ja ja jemand wollte den alten wagen von meinem freund kaufen oder halt gucken ob der zu verkaufen ist und da meinte er nur so ist ihr vater zu hause ich so nein mein freund ist nicht zu hause aber ok also ich brauch pilze und mandragoras ja ja ich auch brauchen wir beide ok ich muss mich nur erstmal wieder richtig hinsetzen ja genau warte mal erstmal richtig hinsetzen ja das ist meine hauptbeschäftigung mich richtig hinzusitzen wiii 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 mit k ziehen wir uns hier mal die Fähigkeiten in die unterste Leiste denn mit k kann man das wunderbare, einzigartige, fantastische Fähigkeiten-Menü öffnen ja 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 was denn ja es ist fantastisch fantastisch das ist einzigartig mhm einmalig auf dieser erde auch ja stimmt ja also ich bin davon 145 prozentig überzeugt ja warum glaub ich dir das nicht na ich weiß auch nicht so könnte einer von euch wunderbaren Pilze mal eine Karte droppen das wäre wunderbar damit würdet ihr mir einen riesigen Feind tun deswegen tun sie es nicht ja ich weiß du bist mit deinem Charakter auf jeden Fall sehr langsam ich bin auch kein Krieger ich bin eigentlich nur ja aber ich kann mich heilen äh ja wow wen ist das ganze ja siehst du Leute droppt doch mal ne Karte ich will doch nur eine wunderbare eine Karte eine Karte willst du denn haben? diese Sammelkarten diese Sammelkarten da brauche ich eigentlich nur eine von ja Sammelkarten damals gab es noch Poesiealben heute heißt es Sammelkarten ja dafür kriegen wir nämlich dann Belohnungen also so das war ja das was ich äh dir zum Beispiel schon mal erklärt hatte aber wenn man halt jetzt muss ich selber mal gucken auf C und dann auf Sammlung da kann man sich dann dieses wunderbare Sammelbuch angucken wo es halt diese Rang C, Rang B, Rang A und Rang S Karten gibt und wenn du davon halt äh wenn du davon dann halt äh gewisse Sachen vollständig hast dann kriegst du davon zum Beispiel permanentes Pet oder irgendwelche Kostümdinger die du dir halt sonst im Shop kaufen müsstest wie du so aber halt äh Geschenk kriegst du musst halt nur die Karten farmen und und da wir das im Let's Play äh ne zusammen wunderbar machen können in einem Together wird das irgendwann eine unserer Hauptaufgaben sein ja ja wo ist mein Vertrag kann ich kündigen nein du kannst mich ja kündigen scheiße unerrechte Karte oh Gott Gott sei Dank ja auch mein Herz mhm jetzt geht was wieder los ich muss gleich mal mein Dings zu machen manchmal das Fenster her und wir haben eine Pilskarte es geht auf den Sack so und diese Pilskarte haben wir jetzt bereits registriert und das ist eine C Karte glaube ich ne ja ist eine C Karte ich hab keine ja ja ich hab dir deine auch weggenommen ha wo ist mein Vertrag okay wir brauchen auf jeden Fall noch eine Pils B Karte den Hochland Schleim brauchen wir aber die Schleimkarten kriegen wir glaube ich öfters mal so so durch ich weiß eins ich werde dich jetzt dafür nicht mehr heilen das ist klar so die Mantragors lassen leider keine Karten fallen für sie können wir ruhigens ruhigens gewissens einfach äh platt machen ich mach die auch ruhigens gewissens platt aber es nervt mich einfach dass ich da jetzt keine Karte kriege ja hast du mir grad so schön gesagt hast dass du mir meine geklaut hast also ja was denn ich habe dich mal darüber belehrt dass du die Karten genauso wie Tränke aufsammeln solltest und für gewöhnlich die Erfinder das behalten hihi was denn hihi hihihi mein... was denn meine Frechheit hihihi wir kriegen schon noch genug Karten keine Angst das will ich nicht mehr ich würde dir jetzt einfach nur austrotzen Zicke. Was? Zicke? Zicke. Achso. Du musst deine Ohren, deine Lauscherchen musst du mal aufsperren. Was? Achso. Deine Ohren. Was ist das? Warte mal, ich muss einmal ganz kurz das Fenster zu machen. Ja, ja. Moment. Lass mich hier alleine. So. Dann können wir jetzt auch gleich erstmal die Quests wieder abgeben, sofern jemand hier gleich mal kommt. Da ist das Ömmelchen wieder. So. Na Ömmelchen. Wart? Wird's auch noch frech? Erst glaubst du mir mal eine Idee, wird's auch noch frech? Ja, natürlich. Also ich glaub nicht, dass dieses LP für uns beide Zukunft haben wird. Wieso? Weißt du? Ich hab dich geheilt. Er sagt, er will mich nicht heilen und was tut er? Er heilt mich. Ja, das war ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Wir müssen jetzt hier noch die Mandragoras da. Die hab ich ja, die hab ich doch so lange platt gemacht. Ja, stimmt. Sieh Gott. Siehste. Oh. Weißt du, ich war hier schon wieder die ganze Arbeit und du? Fantastisch. Du turnst da einfach nur in der Gegend rum. Was? Ja, nicht was. Das heißt, danke. Große Meisterin. Das wirst du wohl nicht von mir hören. Ich weiß ja nicht, was du für Drogen genommen hast oder welchen Höhenflug du bist oder äh, nein. Ja, aber zu viel in dem weißen Puder hier geschnüpft. Mhm. Sollte man vielleicht nicht tun. Ja, aber es war doch so schön kalt und nass. Weiß. Ja, und weiß. Mir hat keiner gesagt, ich darf das nicht. Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Ja, ich hab nen Helm auf. Bei wenigstens etwas, was du aufhast. Also, ich glaub nicht, der hier aus, ey. Das darfst du gar nicht. Oh. Oh, da hab ich gleich nen Internetfehler und dann. Auch den wirst du nicht haben. Ein nicht vorhandener Fehler ist aufgetreten. Beenden sie das Programm, bevor sie es beenden. Was? Uh. Den schnitten wir nicht haben. Der fitten Cadillac. Tisi Catch. Cadylac. Cadylac. Weißt du, Cadillac? Da läuft man ja durch. Was hast du für ein Scheiß Auto? Kann man da behalten? Der läuft man ja durch. Ist ja nur ne Illusion. Toll. Wir zocken sie da. Ah, aber wir werden gebufft. Oh, ist das toll. Ja, danke. Ach warum mach ich das nicht? kaputten auto die hat jetzt hier noch eine kreis muss ich die wieder annehmen wäre ganz gut jetzt wieder mit ihrem komischen fake auto ja ich habe mir das machen dass man das macht deswegen ach da im schiff so dann guck ich hab ich kann es mir kann es mir ganz gut dass wir bitte einmal sagen wo man dieses scheiß tutorial ausstellt ich krieg gleich die kleinen noten ich raste gleich voll ins aus game of escape ja spieleinstellung und dann in der liste vom chat filter spielhinweise und anfängerhilfe ausschalten wo muss ich hin also escape und dann spieleinstellung und dann in den reiter also der leiste spiel filter nachgucken und dann spielhinweise und anfängerhilfe ausschalten danke danke mein nervenkostüm war schon sehr zerrissen dein nervenkostüm ist ständig sehr zerrissen das ist wohl wahr dank dir aber hey meine psychologin sagt es wird schon besser also von daher alles gut ich glaube es gibt ja irgendwo einen pvp bereich den werden wir irgendwann mal aufsuchen müssen wenn ich deine klatschen so jetzt muss ich mal unseren meinen warte mal darf ich bitte einmal zu hierzu ich muss einmal zu bürgermeister von rumen ja dann gehen wir kurz und ich muss jetzt hier kurz wieder was erklären so für alle die die anfängerhilfe auch ausgeschaltet haben und die gehen jetzt einfach hier oben auf diesen kleinen reiter da kann man oder kommt man dann automatisch hier in dieses wunderbare und tolle festfenster äh questfenster und dann sieht man hier dass man jetzt die quest einfach so in diesem fenster annehmen kann äh leider kann man nicht immer alle quests darüber annehmen gibt auch die ein oder andere quest wo man leider zu den npcs hin muss und mit leertaste könnt ihr das ja einfach mal so überspringen sofern es keine auswahl gibt dann geht das ganze nämlich auch noch mal ein bisschen schneller wirst du nicht zu deinem komischen bürgermeister genau und jetzt zum bürgermeister von rum also gehen sie bitte vor habe ich dich da nicht eben hingeschickt ja wohl ich weiß doch nicht wo das ist dann öffnest du deine karte mit m und dann wird sie angezeigt wo du hin musst mit einem blauen kuh ein blaues kuh müsste irgendwo erscheinen auch immer du hier schon wieder hin gerannt aber schon ich geh zum blauen kuh ja und wie willst du da bitte runterkommen ich springe vor allem ich bringe dich extra da schon hin gehe für dich mit dem umweg also ich bin gleich da ich kann nicht was dafür dass du wieder zurück rennst und glaubst dass du da runter springen kannst wo ich den direkten weg ja dann direkt weg klar hier eigentlich für eine quest tägliche anwesenheit sonst geht's dir gut oder geht so best beenden so da bist du ja auch mal angekommen das ist ja schön ja warte ich habe jetzt hier neue quest die müssen natürlich direkt wieder annehmen wurde mir so gesagt ja das kriege ich nämlich schläge ich bin immer so kurz drauf immer auf tageszeit an ich boh dir gleich ein feld in dein ich hau dir gleich ein feld in dein komisches gesicht ein pfeil ja warte mal ganz kurz bist du denn jetzt schon wieder noch hier 14 stunden später also mal ganz kurz einmal die auf kannst du bitte ganz kurz einmal die aufnahme passieren ja kann ich tun so und da sind wir wieder zu let's play fiesta online nachdem wir eben für ein wunderbares thumbnail pulsiert haben geht das nun weiter endlich mal was das war wirklich wunderschön ja das wird doch schöner wenn du siehst wie ich es gestellte ich bin gespannt ich bin auf diese bank drauf ich ach so nicht die bank will das nicht die bank hat das so wollen oh ich kann mir deine sammlung ansehen ich gucke mich gerade hier das ding an dass er das mit ihr tun kann ich kann dir die gruppenleitung übergeben bin ich irre übergebe dir doch nicht die gruppenleitung will ich nicht genauso wenig wie du meine meisterin werden müssen also von daher haben wir den verhältnis sehr geklärt oder die meisterin übernehme ich noch keine angst du musst dich erst einladen ja ich habe das jetzt verstanden ich sag ja ich hacke mich in dein account kriegen wir alles hin keine angst wir reden das also in zehn jahren hast du es bestimmt mal geschafft doch ich glaube ich schaff das ganz schnell aber können wir ja nachher mal testen ich bin gespannt da muss ja auch mal was zu lachen haben also von daher ja jetzt bin ich ja noch nicht jetzt bin ich ja noch keine jetzt laufen wir nicht so schnell hier weg da man du truller äh was heißt hier truller außerdem lauf ich ganz normal kann ich ja nichts dafür dass du so ein lahmarsch bist ja ich habe auch ein bisschen mehr an ne meine rüstung und so alles ein priesterkreuz das ist auch sehr schwer ja genau ja siehst du sehr sehr schwer ich bin schneller als du hab ich auch mal einschlagen wenn du schneller bist als ich die laufen genug rum zum Glück sonst wirst du uns darum prügeln wer wem Platz macht nicht mal kannst du auch mal was für dein Geld tun sag mal hab ich in der Portion Mut gefrühstückt oder was ist los ja klar ja frühstücke ich jeden Morgen was meinst du deswegen es mir so gut geht ja ja schlechten Menschen geht es immer gut weißt du doch das ist doch heute Morgen anders auch nach unserer Dead by Daylight Session da klingt es mir auch noch gut aber ich hatte ne du hast ein Zockerkater hallo ja und und da wo man Zockerkater schon der Große greift mich jetzt an ey hilfkämpfer komm ich helf hier mal das bist du hier allein nicht hin ey hallo lasst du mich mal das alleine machen ja aber du bist doch nur so ein kleiner Fratz ja du bist auch nur ein kleiner Fratz ich lass dir deine das ist doch als du boah weißt du was ich geh nach Hause ey tschüss du hast hab ich keine Lust mehr ey ich hab dir gerade ne Wärten verpasst warum hab ich nicht gebeten ich mach jetzt einfach gar nichts mit bleib doch hier stehen weil ich weiß nicht wie man sich hinsetzt bleib ich halt stehen so ey du drückst einfach die V-Taste V-Taste und dann sitzen ja ob du das unter bei Bewegung so ja deine Animation sieht aber nicht ganz so gut aus deine auch nicht meine sieht super aus ne die von der anderen aus seiner Gildengrabe die sah super aus achso die die Kingdom Quest nehmen meine ich Ende die erste da sieht es da so wie hier Selfie bei FF8 wenn sie eben runterfällt ja siehste also die Kingdom Quest machen wir noch die erste die machen wir nicht das hab ich verstanden ja ich wollte nochmal auch nochmal sicher gehen ob du mir zugehört hast so weiß man ja nie so ich hab dir zugehört was hast du da so vor dich hingemummelt ich? ja gar nichts irgendwie hab ich das Gefühl dass ich diesen Tag nicht überleben werde wieso ja du mich bestimmt noch als Zeuchen wirst quatsch das kennen wir nachher bei Dead by Daylight ja ich bin der Killer ja ne ja doch ich weiß nicht wenn wir genug Freunde hätten es war grad eine bei mir bei Steam am Zocken ich weiß nicht ob die das nachher auch noch zockt aber es ist warte mal ist die noch online noch ist sie online und noch zockt sie es auch äh kannst du mal später in einer ruhigen Sekunde mal nachfragen mach ich aber bitte mal rechtzeitig anschreiben bist du sonst nicht so das schnellste hörst du jetzt mal auf mich hier zum mobben ey das hier genauso wieder weiter ey ich muss mir ein paar Quests annehmen ja ich weiß außer die das Mobbing hat gerade außer die Kinderquests das Mobbing hat gerade nur einen einzigen Grund sonst wäre das nicht das ist privat achso äh ey Frauen Ding muss man nicht verstehen wir Frauen sind wir Frauen ticken nicht ganz sauber manchmal das ist richtig dem stimme ich voll und ganz zu schön dass du es einsiehst brauche ich ja nicht einsehen das ist bekannt öff ja sie sollte bekannt sein eigentlich mhm was denn da ne ja nichts haben die ich will nicht mal dazu meine Quests hier anzunehmen so oh ne Karte wir haben also ich hab ne Karte gefunden ja ich find ja keine du klaust sie mehr wenn ich hab dir nur eine geklaut so also was haben wir jetzt hier am Laufen ui ne S-Karte das ist cool S-Karte können wir gebrauchen ey das ist so dann kann ich mal kurz hier die Schrift rollen hier ran und warum hab ich das Ding eigentlich nicht hier dran ich brauch kein Mensch so dann gehen wir mal die Quest ab ich brauch ein gegenimpf ein gelangweilterimpf und ein ich brauch Bienchen Rattenmensch und Kampf das ist die Kingdom Quest welche das mit den komischen Bienchen und Tasse nicht gesehen ja mit diesen Kampfebern oder was du da eben gesagt hast das ist die Kingdom Quest die weg ich dachte die wolltest du nicht annähen ich wollte euch nicht so Krebscheren langsame Schleime der Anstifter ja ich glaube der will jetzt schon wieder ein Level voraus na gut ist das lieblich schön total oh man was denn ich will nichts helf dir mal so ein bisschen bei deiner Quest jetzt riechst du hier herum ja du wirst auch also eine Quilze wird hier schon mal wieder erfüllt sein bei dir ich gerade erledigt ja der Anstifter ja siehste und noch eine Karte gefunden noch eine Karte gefunden so langsame Schleime langsame die kenne ich hier schon die ganze Zeit dann kann ich ja jetzt weitergehen zu meinen nervösen Bienchen kommt hier ihr kleinen Bienchen komm kommt zur Mama oh man also deine Rüstung also deine Rüstung sieht sehr feminin aus ja ist mir auch aufgefallen also also es stört mich ja nicht wenn ne ja mich schon aber es ist in Ordnung wenn du so siehst du halt ne was willst du sagen wenn du so in eine gewisse Richtung angehaucht bist das stört mich nicht ja eigentlich nicht aber da kann ich jetzt auch nichts zu dass er mich bestimmt trägt und noch eine Karte meine ich will mir wieder Quests annehmen die Akademie oh ok die hatten wir auch noch nicht ich muss aber nochmal ganz kurz einen Cut machen wir sind gleich wieder für sie da hu 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 hu